liebe steinbock freundinnen und freunde wir stehen hier in der anlage in der lösle sie ist baujahr 37 36 gute 80 jahre alt damals war sie gut und heute eben nicht mehr und weshalb sie nicht gut ist sehen sie sie ist klein die steinböcke müssen in ecken flüchten wenn man kommt sie bietet ihnen zu wenig unterhaltung amüsement freude am täglichen leben mit klettern streiten und gleichzeitig sind menschen unten und menschen oben und damit bieten sie ihnen auch viel zu wenig rückzug und das ist schlecht für steinböcke und das ist das was in der neuen anlage besser werden soll ein zweiter gewichtiger punkt der besser werden soll oder den wir zum ersten mal tatsächlich auf dem im wahrsten sinne des wortes grund gehen wollen das ist der grund der grund auf dem wir stehen sieht vermutlich aus wie ein emmentaler unter dieser dünnen betondecke und wir müssen dann langsam ein wenig um den hang besorgt sein und aus diesem grunde der komplette hang hier stabilisiert werden bevor man mit dem bau der anlage anfängt und der dritte wichtige grund ist es gibt für die menschen so wenig wir bringen menschen und tier zu wenig zusammen wir hätten gerne dass die steinböcke in der anlage rückzugszonen nach oben haben wo den menschen sicher sind aber der mensch unten in die anlage zu den steinböcken rein und dafür brauchen wir sie